Hallo ihr Lieben, ich habe gerade den Null-Uhr-Charity-Lauf gemacht, zwölfeinhalb Runden, ich glaube 26, 44, muss man noch ausrechnen, was das ist. Also drückt mir die Daumen, auch für die OB-Wahl. Immer durchhalten, nie aufgeben, dann wird das was, dann erreicht ihr alle eure Ziele. Und mein tröster Fan, meine Mama war mit hier. Eure Peace-Friedie. Habt eine schöne Nacht.